Das unerwartete Ja zum Brexit, das war die mediale Bombe der vergangenen Woche. Entgegen den Vorhersagen hat sich eine knappe Mehrheit von 52 Prozent der britischen Bevölkerung für den Ausstieg aus der EU entschieden. Wenige Tage danach herrscht jetzt in weiten Teilen des Königreichs so eine Art Katerstimmung. Ja, was bedeutet denn das alles für die Zukunft Europas, aber auch für jeden Einzelnen von uns? Ich begrüße dazu jetzt Paul Schmidt von der Österreichischen Gesellschaft für Europapolitik im Studio. Danke fürs Kommen. Schönen guten Abend. Ja, Sie gelten als ausgewiesener Top-Experte zum Vereinigten Königreich, sind immer wieder drüben. Jetzt ganz ehrlich, wie weit sind Sie denn selbst von diesem Ja zum Brexit überrascht worden? Ich war vor zehn Tagen das letzte Mal in London und habe dort einige Gespräche geführt. Und das war zu einem Zeitpunkt, wo die Umfragen Kopf an Kopf gelegen sind und wo das Brexit-Lager eine Spur vorn war, wo die Stimmung schon durchaus pessimistisch war. Wir haben gewusst, alles ist möglich und letztlich hat sich das Brexit-Lager durchgesetzt. Es erscheint ja fast irgendwie absurd, dass ausgerechnet die rossinenpickenden Briten, es gab ja sehr viel Zugeständnisse ans Vereinigter Königreich, sich immer schon damit beschäftigt haben, die EU zu verlassen. Da gab es einmal schon eine Abstimmung, es war immer wieder Skepsis zu bemerken. Hat David Cameron jetzt beim Bokern mit seinen EU-Verhandlungspartnern dann den Bogen einfach überspannt, weil er einfach jahrelang zu sehr auf die EU geschimpft hat und jetzt konnte er die Leute einfach nicht mehr zurückholen? Na ja, er hat sich sicher verzockt. Er hat versucht, innerparteiliche Streitigkeiten zu lösen, indem er anbietet, ein Referendum über die britische EU-Mitgliedschaft abzuhalten. Und letztlich ist es nicht so rausgegangen, wie er wollte. Ich kann einfach nicht vier Jahrzehnte, über vier Jahrzehnte hinweg kritisch über Europa sprechen und eigentlich nichts Positives an dieser europäischen Integration sehen und dann versuchen, in drei, vier Monaten das Blatt umzudrehen. Das funktioniert nicht. Viele in der Rest-EU, wenn ich es jetzt mal so sagen kann, in der EU der 27, fordern ja jetzt ein rasches Handeln, ein sehr aktives Handeln, möglicherweise auch ein proaktives Handeln, indem man Großbritannien eher hinaus drängt. Man muss ja grundsätzlich warten, bis es jetzt sozusagen offiziell ein Ansuchen um Austritt gibt. Da könnte man sich jetzt auch länger Zeit lassen. Viele sagen allerdings, nein, das müsste von der EU selber betrieben werden und die Briten gehören an die Seite gedrängt. Sehen Sie das auch so? Nein, das wird nicht passieren. Also die Rechtslage ist relativ klar. Seit 2009, seit dem Vertrag von Lissabon, gibt es die Möglichkeit, für ein Land aus der Europäischen Union auszutreten. Das ist jetzt einmal das erste Mal, dass sowas passiert quasi. Und jetzt werden wir schauen, wie wir damit umgehen. Bisher waren es immer nur Erweiterungen oder Beitritte. Jetzt haben wir einen Austritt. Und der Ball liegt aber bei den Briten. Also die Briten haben jetzt das Referendum gehabt. Das ist so ausgegangen, dass knapp 52 Prozent für Brexit sind. Jetzt müssen sie den Antrag stellen. Und haben plötzlich viel Zeit. Das ist interessant. Ja, und sie müssen den Antrag stellen, damit die Verhandlungen beginnen. Also da kann die Europäische Union oder auch die anderen 27 EU-Mitgliedstaaten nichts machen, außer zu appellieren und zu sagen, liebe Briten, ihr solltet euch besser beeilen, weil das geht auf eure Kosten. Ihr solltet so schnell wie möglich diese unsichere Situation bereinigen und klar schief machen und eine klare Wegskizze und einen klaren Fahrplan definieren. Die Briten lassen sich Zeit jein. Also der Premierminister hat die Konsequenzen gezogen, hat seinen Rücktritt angekündigt. Es wird einen neuen Premierminister geben. Dazu braucht es einen Parteikongress der konservativen Tories. Der wird wahrscheinlich Anfang September stattfinden. Je schneller es geht, desto besser. Es sind aber parteipolitische und innenpolitische strategische Gründe, wieso das so lange dauert. Und letztlich muss auch das britische Parlament darüber abstimmen. Hat ja überhaupt den Eindruck, dass es eher auch eine innenpolitische Abstimmung war und gar nicht so sehr nur um die EU gegangen ist. Und plötzlich sitzen alle vor einem zerbrochenen Krug und keiner kann ihn mehr flicken. Das ist irgendwie ein bisschen passiert, hat man zumindest von außen den Eindruck. Jedenfalls, Katerstimmung jetzt, zumindest in Teilen der britischen Gesellschaft. Die negativen Konsequenzen waren ja auch sehr rasch zu spüren. Das Pfund ist abgestürzt, die Aktien sind abgestürzt. Auch der Euro hat verloren. Ist jetzt aus österreichischer Sicht ein billigerer London-Urlaub das einzig Positiv in der ganzen Geschichte? Also positiv, negativ. Ich meine, im Prinzip ist das jetzt einmal in den Händen der Briten. Also die Briten haben entschieden. Und jetzt muss man schauen, wie es weitergeht. Und wir brauchen relativ schnell eine Situation, wo diese Unsicherheit bereinigt ist. Für Österreich selber bedeutet es nicht wahnsinnig viel. Also unsere Handelsverflechtungen mit Großbritannien sind überschaubar. Die wirtschaftlichen Konsequenzen sind überhaupt nicht dramatisch. Also wir reden von 0,1 Prozent des Bruttoinhaltsprodukts bei einem Austritt. Bis jetzt ist ja noch nichts passiert. Also die Briten haben entschieden, der Austritt muss erst verhandelt werden. Solange es den Austritt nicht gibt, passiert relativ wenig. Ja, Pfund ist gesunken. Britische Aktienmärkte haben 40 Prozent ihres Werts verloren. Investitionen sind ziemlich gestoppt. Also auch die österreichischen Unternehmen, die dort investieren, haben jetzt einmal auf Pause gedrückt. Was noch? Also es gibt ca. 850.000 britische Touristen pro Jahr in Österreich. Wenn das britische Pfund an Wert verliert, wird natürlich deren Urlaub teurer. Dann ist die Frage, wie sich das auswirkt. Wir rechnen aber nicht mit großen Auswirkungen. Wichtiger sind die politischen Konsequenzen und Implikationen, die wesentlich bedeutender sind als die wirtschaftlichen, in diesem Fall für Österreich. Man muss sagen, indirekte Auswirkungen hat es natürlich auch auf der Wirtschaftsseite. Der ATX ist am Freitag abgestürzt. Heute ging die Talfahrt weiter. Er steht schon unter 2000 Punkten. Das hat es schon ganz lange nicht mehr gegeben. Also die Aktienmärkte reagieren sehr, sehr sensibel. Ja, also das ist sicher ein Überschießen. Das ist sicher ein bisschen ein Schock nach dem Ergebnis, den nicht viele erwartet haben. Das nicht viele erwartet haben. Das wird sich wieder einpendeln, aber die Briten sind am Zug. Keine Frage. Ja, die Katerstimmung habe ich schon erwähnt. Gleich in dem ersten Schock hat es in Großbritannien eine Petition gegeben, die aufgelegt wurde, wo schon viele, viele Millionen in der Zwischenzeit unterschrieben haben. Das Ganze hat erst am Freitag begonnen. Wonach möglicherweise eine Neuabstimmung, eine Wiederholung des ganzen Themas im Raum steht. Zumindest wünschen sich es eben manche, die unterschreiben. Halten Sie das in irgendeiner Art und Weise realistisch, dass man dann noch einmal abstimmt? Das wird man sehen. Also ich halte es nicht für realistisch. Also ich glaube, demokratiepolitische Entscheidungen sind zu akzeptieren. Die kann man nicht revidieren, indem man so lange wählt, bis das Ergebnis rauskommt, das man gerne hätte. Ich halte auch von diesen Anfechtungen relativ wenig. Die Entscheidung ist da. Die Frage ist, was macht das Parlament? Also wir wissen, dass es nicht rechtsverbindlich ist, das Ergebnis. Aber es ist politisch bindend. Und auch das britische Parlament wird nicht drum herum kommen, das zu akzeptieren. Dann ist die Frage des Timings. Also ich halte nichts davon. Ich glaube nicht, dass es noch ein Referendum geben wird. Was es geben könnte, ist ja natürlich Neuwahl. Und dann ist die Frage, wie positionieren sich die Parteien? Und wird dann eine Partei gewählt, die besonders proeuropäisch ist? Und was hat das für Konsequenzen? Aber meiner Meinung nach, es hat eine Abstimmung gegeben, das Ergebnis ist zu akzeptieren. Und jetzt muss damit umgegangen werden. So ist die Realität sozusagen. Ja, ganz interessant, dass die österreichische Gesellschaft für Europapolitik hat ja immer wieder Studien, auch was das heimische Verhalten oder die heimische Einstellung gegenüber der Europäischen Union ist. Und allen ungerufen zum Trotz, und da wird ja in vielen Boulevardmedien ja durchaus auch in Österreich eher schlechte Stimmung gegen die EU verbreitet. Allen ungerufen zum Trotz ist die Einstellung der Österreicher zur EU aber grundsätzlich sehr okay. Also Skepsis, Kritik gibt es natürlich bei uns auch und ist auch oft berechtigt, das möchte ich auch dazu sagen. Wir haben aber über die letzten 20 Jahre 50 Mal in 50 Umfragen die Frage gestellt, wollt ihr bleiben oder wollt ihr austreten? Und im Durchschnitt über diese 50 Umfragen drübergelegt, sagen 70 Prozent der Österreicherinnen und Österreicher, Austreten ist für uns keine Option, wir wollen bleiben. Und circa 25 sagen, der Austritt wäre ja angebracht. Das heißt, wir sind Teil dieser Familie, wir haben auch ganz andere Voraussetzungen. Wir sind keine Insel der Seligen. Wir sind eine kleine offene Volkswirtschaft, die sehr stark vom Export profitiert. Und auch wenn die Leute mit vielen Sachen nicht zufrieden sind, also wir wollen quasi dieses europäische Projekt von innen verändern und Probleme gemeinsam lösen. Und wir wissen, dass man besser gemeinsam als allein ist, weil allein geht es gar nicht. Also doch sehr spannend, 70 Prozent pro EU, nur 25 Prozent dagegen. Das würde man sich eigentlich anders vorstellen, wenn man so die Meinung an den Stammtischen hört. Also doch ein ganz klares Votum für die EU, die sie in den letzten Umfang immer wieder erhoben haben. Also es ist auf jeden Fall, wenn es um diese Gretchenfrage geht, bleiben oder austreten, ein ganz klares Votum. Aber es wären natürlich auch einige Nachteile, nicht nur Vorteile, sondern auch einige Nachteile mit der europäischen Integration verbunden. Und auf diese Kritik und auf diese Skepsis muss man eingehen. Und die Bevölkerung erwartet sich, dass Probleme gelöst werden, Probleme gemeinsam gelöst werden. Und da müssen wir wesentlich besser werden, als wir bisher sind. Alles klar. Paul Schmidt, vielen Dank für den Blick hinter die Kulissen und danke für die Analyse. Schönen Abend. Dankeschön.